Moin Leute, wir sind hier gerade bei einem Kühlhaus und machen mal eine kurze Feldtour. Wir sind gar nicht in der Mittagspause, deswegen nicht wundern sollen noch ein bisschen Nebengeräusche sein. Fröhlich am Essen und so weiter, deswegen kommt mal mit. Ihr seht hier vorne ist der erste Spawn. Hier haben wir eben noch Team Gelb. Ansonsten, wie ihr seht, das ganze Gelände ist eingeteilt in vier Hallen. Und ein Flur. Die einzelnen Decken, die wir hier haben, sind neben den Pfeilen, sind hier Reifen. Grund dafür ist, das ist ein Alps Reifenlager, deswegen haben sie hier noch viele Lampen. Komm mal mit. So, hier vorne ist dann der zweite Ort. Hören Sie doch, wenn wir mit vielen Reifen das Deckung. Wir haben überall Lampen angebracht. Das heißt, wir werden auch manchmal das Licht ausmachen. Nebelmaschinen haben sie eingebaut, deswegen ist das so ein bisschen düssig. Wie gesagt, diese normalen Lampen oben, die werden dann meistens ausgeschaltet. Weil man nur noch als Licht, diese farbigen Lichter. Wie auch eben gesehen hat, gibt es auch Strobelichter. Das ist so der zweite Raum. Hier haben wir wieder viele Reifenlechnungen. So, jetzt kommen wir in den Flur. Die Räume sind nochmal getrennt. Mit diesem Reifen, der darf man auch gar nicht durchschießen. Ist halt zur Veränderung, dass jetzt dieses Team und diesen Raum einfach reinballen kann. Komm mal mit. Hier sind die Türen. Und hier ist auch meistens die meisten Action. Hier ist nochmal Reifen als Deckung. Wenn man jetzt mal hier runter schaut. Da hinten ist die gleiche Tür. Ist quasi symmetrisch aufgebaut. Das heißt, wenn man sich hier durchgekämpft hat, steht man nachher hier. Moment. Und hier ist dann die nächste Tür, wo man sonst auch hier durchgekämpft müsste. Hier haben wir die Wahl links oder rechts. Und wenn man hier durchgeht, muss man gucken, dass nicht so in der Ecke da hockt, sondern auch hier hinter oder dahinter. Das heißt, muss ich entscheiden, rechts oder links. So, dies ist der zweite Raum, den Sie mit dahinten. Hier auf dem Reifen als Deckung ja die Lichter. An sich ist es symmetrisch wie die anderen Räume hier. Diese Räume sind auch wieder verbunden. Hier haben wir auch hier die Reifen als Reifen, damit ich halt nicht zwischen die Räume her entschlossen hier. Deswegen, wenn man einfach in den Raum gefangen ist, dann kommt man schwer wieder raus. Hier muss man hier immer schnell spielen. Hier ist die große Lebe-Maschine. Deswegen ist hier das Licht am schlechtesten. Hier machte ich die ganze Farben nicht mal wieder. Das war es dann auch mit dem letzten Raum. Wenn wir hier wieder durchgehen, müssen wir die Reifen die Räume abdecken. Und dann kommt er in die Tür. Wenn es sich dann halt wieder durchgekämpft hat, ist man wieder mit bis ganz. Wie gesagt, hier eben, da kamen wir eben raus und einmal im Kreis gelaufen. In diese Richtung ist der Aufenthaltsraum. In diese Richtung ist der Ende geht es auch ganz gut. Und wir haben da schön gegessen. Wenn es hier wieder hier durchgehen. Hier noch die Reifen zur Abdeckung. Die kann wieder schreien links oder rechts. Das war's mit der Feldtour. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 3 Bis zum nächsten Mal. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.